Jo Leute, was geht? Hier ist der Felska von TjernfanTV, heute zu einem weiteren Video auf dem Kanal, oder ein Infovideo, aber erstmal zum Gameplay, ein Wanna One gegen Niki, wo er knapp gewonnen hat, ich glaube 30 zu 29, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ja, heute die Infosinhalt, erstmal der Uploadplan, und wir machen eine neue Serie, wo es die King, also erstmal zum Uploadplan, äh, mir bringen ja immer mit, was uns besonders, wollen wir mit einem Video bringen, mit Wurz, Mühle, so Challenges oder so, und Sonntags, äh, CD, 4, äh, Top 5, wo mir auch jetzt versuchen, zu kommentieren, und die Serie, wo es, wo es die King, äh, müssen die 8 Leute das JernfanTVs Kanal, deswegen, 8 Einladen, also One on One, so zu sagen, zum Beispiel ich gegen Niki, wenn wir mal nicht zum Beispiel wettrinken, also, dringend halt eine Cola, welchen Ex-Mit-Cola, welches es neuer Leer hat, ähm, der hat halt dann gewonnen, und dann, der hat sie dann, halbfinale rein, und, ja, der andere ist dann halt ausgeschieden, dann gibt es zum Finale, und dann gibt es gern einen Preis, aber wir wissen dann noch nicht, ja, und das war es eigentlich schon, das Video, und die Bewertung kommt hier nicht vergessen, das ein Like, der ganz euch gefallen hat, ja, oder ein Abo, Ciao.